Die Musik dürft ihr natürlich vorher mal kurz hören. Der Anruf kam, als ich 14 war. Ich wohnte schon länger nicht mehr zu Hause, sondern in Berlin bei Freunden meiner Mutter. Der Mann am Telefon nannte seinen Namen und fragte mich, ob ich ihn kennenlernen wolle. Ich zögerte. Und zwar hatte ich schon häufig von solchen Treffen gehört und hatte mir oft vorgestellt, wie so etwas sein würde. Aber als es so weit war, hatte ich Angst. Ich stellte mich vor den Spiegel und schminkte mich, die Lippen rot, die Augen blau. Er trug Jeans, Jacke wie Hose. Er führte mich ins Café Richter am Hinde mit Platz und ging mit mir ins Kino, ein Film von Fassbänder. Wir kannten uns ungefähr ein Jahr lang. Da sagte er mir, er sei krank, er werde sterben. Und es dauerte fast ein Jahr. Ich besuchte ihn. Ich fragte ihn, ob er sich etwas wünsche. Und er sagte, er wolle es so schnell wie möglich hinter sich bringen. Ob ich ihm auch hinbringen kann. Du bist hier in der besten Kino, der ist sehr gut. Dat war das Kino.